Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. In Warzone braut sich so langsam was zusammen. Es gibt ja immer wieder diese Lobbys mit den ganzen Raketen, so Event-Lobbys. Und da ist es tatsächlich so, dass die Stufe der Warnungen langsam steigt und wir sind jetzt mittlerweile bei Stufe 3. Ich dachte ja am Anfang, dass Stufe 1 die höchste Stufe ist und das praktisch irgendwie von 4, 3, 2, 1 hochgezählt wird. Das ist aber nicht der Fall. Wir sind jetzt bei Stufe 3 und das ist die bis jetzt höchste Stufe, die wir hatten. Und ich habe das Gefühl, dass die Raketen auch mehr geworden sind. Also wenn man in so einer Lobby ist mit dem Event oder mit diesem ganzen Raketenzeug, dann sind das mehr geworden, bilde ich mir ein. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr die Erfahrung auch gemacht habt. Und zombietechnisch ist es so, dass die ganzen Zombies aktuell beim Superstore sind. Da ist diese Zombie-Maschine drin, die man aktivieren kann. Da kann man dieses Zombie-Event starten und kann dann eben zu dieser goldenen Kiste mit dem Schlüssel, den die Zombies fallen lassen und so weiter. Interessant ist aber, weil das wisst ihr natürlich schon. Interessant ist aber, dass die Zombies für eine ganz kurze Zeit an einem anderen Ort waren, weil irgendwas beim Update schief gegangen ist. Und die Zombies waren für eine kurze Zeit beim Damm. Und zwar unterhalb vom Damm, wenn man da drauf schaut, auf der linken Seite bei diesen ganzen Gebäuden, bei den Generatoren praktisch. Und das wird wahrscheinlich der nächste Ort sein. Das heißt, nach Superstore werden die Zombies nächste Woche wahrscheinlich zum Damm wechseln, werden da unterwegs sein. Und dann ist es ja schon fast Event-Zeit. Also die ganzen Geräte, die sind jetzt bei 66 Prozent und in elf Tagen läuft ja auch Season 2 aus. In ungefähr elf Tagen. Und wenn die ganzen Leak-Stimmen, die wir bekommen haben, und die sind ja teilweise wirklich von guten Quellen wie VGZ, also Videogames Chronicles, dann bekommen wir eben irgendwas Event-Technisches am Ende von Season 2. Irgendwas mit den Raketen, die in diesen neuen Raketensilos sind. Irgendwas mit den Zombies. Und das wird spannend. Ich freue mich da sehr drauf. Wir müssen nicht mehr lange warten. Ich hoffe, wir werden nicht enttäuscht. Und falls ihr nichts verpassen wollt bei dem ganzen Thema, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Sehr viele Leute von euch schauen die Videos, haben aber noch nicht abonniert. Und falls ihr das nachholt, würde mich das extrem freuen. Supportet meinen Kanal. Vielen Dank an euch. Zu dieser Events-Sache und zu dem, was vielleicht passiert am Ende von Season 2, gibt es nochmal neue Informationen von CEST die COD-Leaks. Das ist ein Twitter-User, der in der Videobeschreibung verlinkt ist. Und das ist ein Data-Miner, der sich nach dem Season 2-Update die ganzen Daten von Warzone angeschaut hat und da doch ein paar interessante Sachen gefunden hat. Erstmal gibt es irgendwie eine neue Calling-Card, die sehr echt aussieht. Ich verlinke die in der Videobeschreibung. Ich hoffe, die ist dann noch online. Wenn das Video hier online geht, dann hat man sowas sehr schnell wieder offline. Und was man da sehen kann, ist irgendwie eine zerstörte Umgebung. Alles ziemlich rot, also wie nach einer Explosion. Und die Calling-Card heißt anscheinend, Verdansk goes boom. Also Verdansk, die Map, auf der wir aktuell Warzone spielen, explodiert. Mal grob übersetzt. Was natürlich perfekt zu der Theorie passt, die wir alle haben. Und zwar, dass die ganzen Raketen eben starten, die gerade in den Silos sind. Dass die die aktuelle Map zerstören. Dass die aktuelle Map dann zerstört ist und dass die ganzen Zombies damit zwar getötet worden sind, aber dass die Map auch unspielbar ist. Wie wir dann irgendwie in die Vergangenheit wechseln, auf diese neue Map, die wir wahrscheinlich bekommen in den 80er Jahren, das ist noch nicht ganz klar. Und was man auch nicht vergessen darf, das ist zwar eine Calling-Card, die jetzt hier auf Twitter sehr echt aussieht. Das kann aber natürlich auch Fake sein. Ein sehr gut gemachter Fake dann. Und es kann natürlich auch sein, dass das überhaupt nichts mit dem Event zu tun hat. Es kann ja auch einfach nur bedeuten, ey, Verdansk goes boom. Im Sinne von, da gibt es viele Explosionen. Wir spielen ja alle auf Verdansk und Helikopter explodieren und keine Ahnung was. Also es kann auch sein, dass das was ganz anderes ist. Man weiß es halt nicht zu 100%. Aber irgendwie scheint es zu diesem Event dazu zu gehören. Wie ich jetzt gerade schon gemeint habe, ist es eben so, dass wir als neue Map die aktuelle Map Verdansk in den 80er Jahren bekommen. Also in der Vergangenheit. Und das wissen wir durch einen geleakten Trailer. Vor ein paar Tagen ist dann Trailer geleakt worden, der auch irgendwie so ein paar Rapper und so weiter featuret. Also das ist wirklich ein Trailer, der dann auch im Fernsehen wahrscheinlich laufen wird. Ein richtiger Werbetrailer für dieses Update. Das heißt Activision wird das auf jeden Fall ziemlich hoch hypen. Da wird es wahrscheinlich in den nächsten Tagen auch nochmal mehr Informationen geben. Und in dem Trailer sieht man einige Orte, die wiederkommen werden. Zum Beispiel Downtown, was relativ unverändert anscheinend wieder zurückkommen wird. Und man sieht auch das Stadion, was tatsächlich stark anders ist. Denn in dieser Version in den 80er Jahren wird das Stadion gerade erst gebaut. Und es gibt nur zwei Ebenen. Das heißt, das ist auf jeden Fall kein krasser Camper-Spot. Und wird wahrscheinlich interessant werden, einfach zum Kämpfen. Und wie es aktuell aussieht, wird es auch ein paar komplett neue Orte geben. Das hat CST-COD-Leaks rausgefunden. Die hat nämlich nach dem Mid-Season-Update die ganzen Daten von Warzone ein bisschen durchwühlt. Und hat dann neue Orte gefunden, neue Namen gefunden. Da gibt es leider keine Bilder dazu. Aber das sind eben Orte, die einen Namen haben, den es jetzt gerade noch nicht gibt. Dabei ist Factory, also Fabrik. Keine Ahnung, wo das dann stehen wird. Summit ist dabei als neuer Ort. Wahrscheinlich irgendwo in den Bergen. Könnte was mit der Map zu tun haben, die wir aus der Black Ops-Serie kennen. Muss aber natürlich nicht. Summit ist ja auch einfach nur ein Wort. Aber ich denke, es ist nicht komplett abwegig, dass irgendwie was aus einem Treyarch-COD zu Warzone kommt. Einfach so ein bisschen als Fanservice praktisch, weil ja Black Ops Cold War gerade das aktuelle Multiplayer-COD ist. Ein Ort wird Crossover heißen. Und ein anderer Ort wird Bridge heißen. Bridge ist wahrscheinlich der Ort, der Damm ersetzen wird. Was wir eben durch diesen geleakten Trailer wissen, ist, dass der Damm noch nicht gebaut wurde in dieser 80er-Jahre-Version. Und zwischen diesen beiden Felsen, links und rechts, wenn man da drauf guckt, gibt es einfach eine riesige Brücke. Das heißt, dieser Weg, den man jetzt aktuell oben am Damm hat, der wird bestehen bleiben, nur eben als Brücke. Und der Ort ist trotzdem stark verändert. Es ist nämlich so, dass man diesmal auch unten unter der Brücke nach oben kann. Und dann wird es da wahrscheinlich auch noch irgendwie einen Fluss oder einen See geben. Und eben irgendein Gewässer wurde da ja eben aufgestaut. Also das wird auch ein spannender Ort. Das ist aber der einzige Ort, von dem wir schon wissen, was uns da erwartet, hier bei dieser Liste mit den brandneuen Orten. Und was man auch nicht vergessen darf, nicht jeder Ort in Warzone hat einen Namen. Und wir wissen ja schon, dass an einem Ort eine riesige Antenne aufgebaut wird, die es auch in echt gibt in der Ukraine. Ich zeige euch mal ein Bild von so einer Antenne. Das ist die Antenne aus der Kampagne von Black Ops Cold War. Und so ein Ding wird eben zu Warzone kommen, bei diesen ganzen Zelten oberhalb vom Stadion. Ich blende euch da was ein im Hintergrund. Ich weiß nicht ganz genau, wie ich den Ort besser beschreiben soll. Eigentlich nicht oberhalb vom Stadion, sondern oberhalb von TV Station. Das heißt, es wird auch Mapänderungen geben an Orten, die nicht benannt sind. Und es ist jetzt nicht so, dass wir nur Factory, Summit, Bridge und Crossover als wirklich brandneue Orte bekommen. Es ist durchaus möglich, dass noch mehr Veränderungen mit am Start sind. Und eine Veränderung ist eben da bei diesen Zelten. Ich werde jetzt was sagen, was wahrscheinlich viele von euch nicht ganz so gerne hören. Hasst mich dafür nicht. Aber ich glaube, es ist gut, dass wir keine komplett neue Map bekommen, sondern dass die aktuelle Map stark verändert wird. Ich habe mich auch auf eine neue Map gefreut. Aber ich glaube, da kann auch sehr viel schief gehen. Es kann dafür sorgen, dass sehr viele Leute irgendwie da keine Lust mehr drauf haben. Die Map kann auch einfach ein absolutes Desaster sein. Und Verdansk hat auf jeden Fall Orte, die mir nicht gefallen. Zum Beispiel das Gefängnis oder zum Beispiel Downtown. Aber an sich ist das eine gute Map für ein Battle Royale-Spiel. Und ich glaube, man kann die Spielerfahrung auf Verdansk frisch halten, indem man eben regelmäßig starke Veränderungen bringt. Wie das jetzt anscheinend auch mit dieser 80er Jahre Version der Fall ist. Was halt in der Zukunft cool wäre, ist, wenn diese 80er Jahre Map dann weiter stark verändert wird. Dass nicht wieder ein ganzes Jahr gewartet wird, bis große Änderungen kommen, sondern dass das regelmäßiger passiert. Und so hat man dann Verdansk. Eine an sich gute Map, die immer wieder verändert wird und immer wieder neuen frischen Wind zum Spielerlebnis bringt. Und da rede ich halt wirklich von stärkeren Veränderungen. Wie zum Beispiel die Veränderungen, die wir beim Damm erwarten können. Und nicht sowas wie ein paar Raketensilos, die dazu kommen oder irgendwie die Bunker. Was cool ist, aber halt spieltechnisch nicht wirklich irgendwie was Neues bringt. Da bräuchte man schon wirklich größere neue Orte regelmäßig. Und ich glaube, das wäre spaßig. Und wenn dann ein neuer Ort dazu kommt, der nicht so geil ist, dann kann man ja auch einfach wieder entfernen. Muss ja nicht immer alles geschichtlich perfekt zusammenpassen. Ich meine, die Bunker und die Raketensilos, die sind ja auch einfach aus dem Nichts dazu gekommen, weil sie halt gebraucht worden sind für irgendwas. Von daher wäre das absolut möglich. Wäre nicht schlimm, wenn da jetzt nicht alles irgendwie mit einer Geschichte erklärt wird. Ja, das ist meine Meinung zu dieser ganzen Map-Sache. Lasst uns da gerne in den Kommentaren drüber diskutieren. Ich weiß, da gehen die Meinungen auseinander. Ansonsten war es das an der Stelle mit dem Video. Ich hoffe natürlich sehr, euch hat das Video gefallen. Falls es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Lasst auch ein Abo da für weitere COD-Videos. Ich bin sehr gespannt, was uns in der nächsten Zeit erwartet. Mit den ganzen Zombies, eventtechnisch und so weiter. Und falls ihr da nichts verpassen wollt, drückt auf jeden Fall auf Abonnieren. Wir sehen uns wieder zu einem neuen Video. Macht's gut, bis dahin.